Mein Name ist Josef Herk und meine Geschichte beginnt in Knittelfeld. Handwerk und den Willen etwas zu gestalten, ist in meiner Familie Tradition. Junge Menschen zu fördern ist für mich immer mehr als eine bloße Investition. Es gibt mir die Energie, den Blick in die Zukunft zu richten. Ich bin als Leidenschaft Unternehmer. Es gleicht einen Wellenrät. Man nutzt ihre Kraft und nimmt Fahrt auf. Mir geht es darum, Spuren zu hinterlassen, Reformen einzuleiten, Chancen zu nützen und Talente zu fördern. In der Politik wird viel blockiert und kritisiert. Ich hätte es mir auch einfacher machen können, aber meine Einstellung verbietet mir das. Das war schon als junger Unternehmer und ÖVP-Gemeinderat in Knittelfeld. Auch wenn es nicht immer leicht war. Doch ich stand immer auf und machte weiter. Das Verbindende und die Zukunft muss im Vordergrund stehen. Wir brauchen größtmögliche Freiheit und Regeln, die sinnvoll und für alle gleich sind. Dann werden wir erfolgreich sein. Als Unternehmer, als Land und als Partei.